Jo Leute, auf YouTube ist übelster Teufel los, wollte ich mal kurz sagen. Als allererstes mache ich hier mal fett Promo für diesen Sonic Lost World Song. Deutsch, ich weiß nicht, wie heißt der? Ich stelle das mal scharf. Herr Rodes Armloff. Mach ich mal fett Promo, wer das noch nicht gehört hat. Der Track ist so am pumpen, Leute. Und er hat nämlich erst übelst wenig Aufrufe. Und ich glaube, der Künstler freut sich, wenn er noch ein paar extra Aufrufe und nette Kommentare bekommt. Jo, ansonsten kommt das Hitman Video jetzt in morgen, würde ich sagen. Ich sage jetzt einfach mal morgen. Jo, wird schon. Achtung, jetzt drop der Beat. Übelst geiles Kostüm. Übelst geil. Oh, eine Minutengrenze, aber wir bleiben mal noch dran. Außerdem wollte ich noch Promo machen für jemand anderes. Der David Hein hat nämlich jetzt einen neuen Kanal und der hat ihn gerade erst mal vor zwei Wochen aufgemacht. Und ja, der hat halt ein bisschen Startschwierigkeiten. Ich meine, zwei Wochen, da kann man nicht gerade jetzt an unseren Erfolg rankommen. Deswegen verlinke ich den auch mal in der Beschreibung. Behind heißt der neue Kanal. Und er hat echt, ich meine, was haben wir jetzt, 71.500 Abonnenten oder so und er zwei Wochen dabei. Ich meine, da kann man ja nochmal ein bisschen Startunterstützung von Nosterra Furz bekommen, finde ich. Ja, hier ist er übrigens. Hier ist sein Mund und sein Penis ist auch sehr schön. Oh, eine Minute 37 Grenze. Ich meine, da kann man ja noch ein bisschen Startunterstützung von Nosterra Furz bekommen.